Das Projekt von ihr ist eines dieser Projekte, die wir weiterhin unterstützen wollen, weil sie eine Alternative bietet an die Haifischer. Das heißt, sie hilft den Menschen, dass sie nicht mehr davon abhängig sind, die Welt zu zerstören, indem sie Haie fangen, sondern sie hilft den Leuten, was aufzubauen, die Haie zu schützen. Wie geil ist das bitte? Und genau solche Projekte wollen wir unterstützen. Das sind langfristig denkende Alternativprojekte mit Sinn. Und ich möchte mich heute nochmal ganz fest und herzlich bedanken bei der gesamten Community von Sanus Life und Sanus Planet, weil ihr seid es, die es möglich gemacht haben, dass wir überhaupt jetzt schon hier sind, wo wir sind. Dass wir so viele tolle Menschen bereits jetzt unterstützen konnten, die sich so sehr für diese Welt einsetzen. Von ganzem Herzen danke von mir an euch, weil ihr seid einfach der absolute Hammer. Von ganzem Herzen danke von dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020